Was ich schön finde, das ist auch ein idyllischer Moment in dem Buch. Du bringst deiner Frau immer mal wieder kleine Geschenke. Ja. Und hier steht auch drin, welche? Aber ich weiß es nicht mehr. Das hat er vergessen. Das habe ich doch vergessen. Also häufig bringst du nichts mit. Ja, nichts genau. Weil nichts ist auch etwas. Dann musst du selber drüber lachen. Natürlich. Das ist doch lustig, nichts mitzubringen. Wie der, geht deine Frau denn? Sag, Schatz, heute habe ich Hunger. Sie freut sich sehr. Sie freut sich sehr. Ja, weil die Alternative ist Eierlikör. Eierlikör, ja, habe ich auch schon mal mitgebracht, ja. Das steht aber noch im Kühlschrank. Warum denn Eierlikör, eine Frau? Weiß ich auch nicht. Also, tja, das stand da im Regal und ich konnte nicht widerstehen. Und dann habe ich Eierlikör gekauft. Aber ich habe es noch nicht probiert.